Hallo und herzlich willkommen hier bei TechnikObst. Das erste Update für TechnikObst Mobile ist da. Es trägt die Nummer 3.0, wobei es eigentlich mehr sowas wie 1.1 ist, aber das liegt halt an Red Foundry. Das kann ich leider nicht ändern. Des Weiteren muss ich mich entschuldigen für den Baulärm, den man im Hintergrund hört. Ich hoffe, man hört ihn nicht zu oft und nicht zu sehr. Ich will euch kurz vorstellen, was wir im Update Neues haben bzw. was alles behebt wurde. Wenn ihr auf TechnikObst.de geht, dann kriegt ihr hier natürlich die Seite zu TechnikObst Mobile und habt ihr auch den Link, wo ihr das Ganze euch direkt runterladen könnt. Und wir sehen hier, zack, direkt neue Funktionen von Version 3.0. Wie gesagt, sie ist 3.0, ist aber mehr oder weniger eigentlich 1.1. Und wir schauen uns hier mal den Text dazu an, den ich geschrieben habe. Ist ein bisschen länger geworden. Ihr seht das hier. Erstmal will ich mich bei allen bedanken, die wirklich die App runtergeladen haben, denn wir haben es auf Platz 24 in der Kategorie Nachrichten meistgeladen geschafft. Das ist wirklich grandios. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und für alle, die ein Feedback gegeben haben, da will ich mich auch riesig bedanken, denn einige der Punkte hätte ich sonst nicht behoben. Ja, des Weiteren will ich euch informieren. Der Name TechnikObst Mobile kann nicht geändert werden. Einmal genommen muss man bei dem Namen bleiben und TechnikObst ging leider auch nicht. Das ist aber meine Schuld. Den habe ich mal benutzt und dann ein bisschen verkackt. Und naja, und deswegen kann ich den leider nicht mehr nehmen. Deswegen muss ich TechnikObst Mobile nehmen und deswegen sieht es auf dem Homescreen natürlich gekürzt aus. Sieht doof aus, kann ich aber nicht ändern. Also der Name bleibt daher hier. Keine Veränderung. Dann haben wir ein paar Bugfixes, habe ich gemacht und Anpassungen des Aussehens. Das sind zum Beispiel, was man hier gut sehen kann, diese Leiste hier oben, wo ein Menü drin steht. Die ist dünner. Das seht ihr hier direkt im Vergleich mit der rechts daneben, weil das hier rechts ist ein altes Bild. Da hat sich ja bei Twitter hier beim RSS-Feed nichts geändert. Daher habe ich das hier nicht geupdatet. Und ihr seht hier, das ist ein altes Bild. Und da sieht man schon den Unterschied, das ist ein bisschen dünner geworden, dadurch mehr Platz für den Content. Auch hier beim Mehr sieht man das, vor allem sehr doll. Oder auch hier im Vergleich zu Twitter. Dann heißt die Kategorie 365 Tage jetzt Bilder. Da ich mit 365 Tagen aufhöre, dazu werde ich nochmal ein Video bei Opsvlog machen. Ja, dann haben wir hier ein neues Icon für den RSS-Feed. Wir gehen einfach mal hier oben durch von der Liste. Also, ich habe neue Loading-Screens auf dem iPad und, und das ist hier abgekürzt, auch sehr schön, für alles, was niedriger ist als iPhone 4, sprich iPhone 3G, 3GS und 1G oder so. Also da habe ich neue Loading-Screens angepasst. Beim iPad war der ein bisschen pixellig. Ich hoffe, der müsste jetzt eigentlich wunderbar funktionieren. Dann, wie gesagt, das neue RSS-Icon auf dem Homescreen. Dann den Schlagschatten, der hier drunter war, bei den jeweiligen Icons. Der wurde entfernt. Die Manubar, wie gesagt, schmaler gemacht. Die Schriftart, der Größe der Videotitel bei YouTube. Das kann ich euch hier nicht zeigen, aber das zeige ich euch gleich in der App, wo du verändert. Und Twitter und Facebook sollten nun funktionieren. Die Links im Twitter-Feed hier, wenn hier ein Link ist, dann kann man den nun anklicken. Das alte Feedback-Modul wurde entfernt. Diverse Textanpassungen, neue Schriftarten. Ich blende mal jetzt hier mein iPhone ein. Das ist hier mein iPhone 4. Ihr seht, hier oben haben wir Technik, Obst und Mobile. Wir starten das Ganze. Oh, das war schon gestartet. Wir beenden es mal ganz kurz hier aus dem Tray. Und löschen. So, und starten das Ganze nochmal neu. Wir sehen hier, der Loading-Screen funktioniert von der Bar. Und hier sehen wir auch gleich das neue Icon. Die Menubar hier oben ist ein bisschen schmaler. Wenn wir auf das Icon klicken, haben wir noch dieselbe Ansicht, wie hier auch. Wie auch zuvor. Was neu ist, beziehungsweise eigentlich vorher auch ging, dann zwischenzeitlich nicht mehr ging und jetzt wieder geht, ist ganz interessant, sind YouTube-Videos. Die gingen ja allgemein nicht mehr, eingebettete YouTube-Videos. Da hat YouTube irgendwas verändert. Ihr seht hier, das ist so komisch gezerrt mit den Balken hier. Sehr, sehr merkwürdig. Wenn wir das starten, sollte es jetzt aber wieder funktionieren. Das lag überhaupt nicht in meiner Macht. Das hat YouTube einfach mal verändert. Und ihr seht, jawohl. Na. Das hier funktioniert also wunderbar. Hier können wir mal zurückgehen in Home. Hier hat sich sonst nichts weiter verändert. Wir haben gesagt, wie gesagt, hier den Schlagschatten entfernt. Außer wenn wir hier noch reingehen, dann sehen wir hier, ich habe die Textart verändert und kleiner gemacht, damit der gesamte Text nun hier raufpasst. Ja, ansonsten ist hier nichts weiter passiert. Bei Twitter ist ein bisschen was passiert. Oh, ist ein bisschen schwer hier durch die Kamera, das anzudrücken. Und zwar suchen wir uns mal eine Seite mit Link. Hier, äh, früher waren die nicht anklickbar. Nun sind die Links anklickbar. Das heißt, wenn ihr hier draufklickt, kommt ihr zum In-App-Browser. Den kann ich leider momentan noch nicht verändern. Da will ich auf jeden Fall einen anderen nehmen, weil ihr seht, das hier ist schon fingerbreit. Das ist viel zu fett und unnötig. Das will ich wegmachen. Genauso wie das hier unten. Und sowieso, äh, brauche ich hier einen Open-In-Safari-Button. Den kann ich leider noch nicht hinzufügen. Und, und, und. Also da kommen noch einige Sachen. Dann, äh, was vorher auch nicht ging, ist, äh, Twitter. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel ein Reply postet, machen wir hier einfach mal Blüm. Und sende einen Tweet. Das, ähm, seht ihr jetzt nicht, weil ich mir schon eingeloggt bin. Aber dann kommt so ein, ähm, Login-Fenster von Twitter, wie ihr das kennt. Äh, da müsst ihr euch dann bei der Technik-Obst-App anmelden mit eurem Twitter-Account. Sozusagen da fragt Twitter, ja, die Applikation Technik-Obst möchte, ne, auf euer Ding zugreifen. Und dann meldet ihr euch da an mit eurem Twitter-Account. Oder genehmigt diesen Zugriff. Und dann könnt ihr direkt aus Technik-Obst-Mobile twittern. Also hier über Replyen, Retweeten und so weiter und so fort. Des Weiteren könnt ihr sogar, wenn ihr wirklich twittern wollt über die App, äh, das hier über die Frag-Mich-Sektion machen. Denn das hier könnt ihr natürlich einfach löschen, wenn ihr wollt. Und das kann man natürlich löschen. Und dann kann man auch von hier aus direkt twittern. Aber das ist natürlich gedacht, um mir eine Frage zu stellen für, du fragst, ich antworte, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Wie gesagt, 365 Tage heißt jetzt Bilder. Facebook sollte jetzt wunderbar funktionieren. Was ich leider auch noch nicht ändern konnte, ist, ähm, merkwürdigerweise, das hier. Dass das hier schwarz ist. Warum auch immer, ich kann es irgendwie noch nicht ändern. Ist schade. Ich versuche es demnächst zu verbessern. Auch hier, die Leiste ist dünner geworden. Ähm, Feedback ist jetzt E-Mail. Äh, funktioniert viel, viel besser als diese Feedback-Sektion vorher. Die ging gar nicht. Die habe ich jetzt entfernt. Äh, ansonsten ist hier alles gleich geblieben. Ähm, der Browser scheint, äh, also ich fühle es ein bisschen, dass er schneller ist. Äh, ihr seht, es dauert immer noch sehr, sehr lange. Aber er reloadet hier nicht mehr dauernd. Äh, das war bei mir ab und zu. Und er scheint ein bisschen schneller zu reagieren. Also, da leichte Verbesserungen, vielleicht auch nur gefühlt. Äh, da hoffe ich auch noch auf Verbesserungen durch Red Foundry. Äh, ja, ansonsten war es das, glaube ich, soweit. Die App sollte jetzt ein bisschen flüssiger laufen. Ist jetzt ein bisschen schicker. Ähm, es sind so einige Sachen, die, ähm, demnächst noch kommen werden. Ich hoffe, dass ihr mal Twitter und Facebook testen könnt, damit ich sicher gehen kann, dass das alles wunderbar funktioniert. Das wäre sehr, sehr großartig von euch. Ansonsten ist das das erste kleinere Update, äh, von Technik Groups und Mobile. Lasst euch, wie gesagt, nicht von der Versionsnummer täuschen. Und ich bedanke mich auch für alle Bewertungen, auch wenn es, äh, vier Einstände-Bewertungen gibt. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Technik Groups und Mobile gratis im App Store. Ladet euch alle das Update und bringt Technik Groups und Mobile wieder auf einen hohen Rang. In der Kategorie Nachrichten meistgeladen. Vielen, vielen Dank. Das war's von diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020